Hallo Leute, was geht eigentlich ab? Willkommen zu einem erneuten Video hier auf meinem Kanal. Und ja, heute wird der zweite Gewinner von der Gibt euch die Chance Aktion hochgeladen. Und ja, ich hab mir einfach mal gedacht, ich möchte auch mal etwas kleinere YouTuber pushen. Der Kollege hat jetzt mittlerweile 38 Abonnenten und ich finde, er macht wirklich gute Videos. Und die Einsendung hat mir auch wirklich sehr gefallen. Und ja, die seht ihr jetzt auf jeden Fall. Ich hab mich dann, YouTube-Kollege, auf die Idee gebracht, auch mal, gebt euch die Chance zu machen. Also Juckling Freestyle, gebt euch die Chance. Und ich finde es auf jeden Fall legendlich. Ich hab mich dann, YouTube-Kollege, auf die Idee gebracht, auch mal, gebt euch die Chance zu machen. Also Juckling Freestyle, gebt euch die Chance. Und ich finde es auf jeden Fall... Yo, YouTube, was geht ab? Mein Name ist Massi und herzlich willkommen zu meinem Vorstellungsvideo hier bei Jugglings. Gebt euch die Chance. Ihr habt es im Intro wahrscheinlich gehört. Und ja, das hab ich mir einfach so einfallen lassen. Und deshalb wollte ich es bringen. Und ja, Leute, erstmal kurz zu meiner Person. Und zwar, ich bin Massi, mache YouTube nicht seit, ähm, schon längerem, sondern erst seit kurzem. Ich hab, ähm, angefangen, weil ich, äh, von einem Kollegen damals inspiriert worden bin, oder halt von anderen YouTubern, einfach mal Commentaries zu bringen. Auf meinem Kanal kommen sehr viele COD-Commentaries, beziehungsweise Gameplay-Commentaries. Und ja, hauptsächlich COD und FIFA 16 und so weiter und so fort. Und ja, zu Jugglings Freestyle bin ich gekommen von einem Kollegen. Also ein Kollege von mir hat mir damals seinen Kanal geschickt. Und ich hab mir das Ganze reingezogen. Und dann hab ich dieses Video vor kurzem gesehen. Und habe mir einfach gedacht, warum mach ich nicht mit? Ich meine, Leute, er gibt euch die Chance. Und es ist richtig epic, dass er das macht, Alter. Das machen nicht sehr viele YouTuber. Und er gibt euch wenigstens eine Chance, etwas größer zu werden, die Reichweite. Und mir gefällt auf jeden Fall seine Sympathie in den Videos und seinen badischen Akzent, Alter. Also mal, was ist da los, Alter? Der hat auf jeden Fall richtig nice einen Akzent, Alter. Ich liebe das einfach in Baden-Württemberg. Also ich komme selber aus Baden-Württemberg. Und dieses was isch oder dieses, ähm, einfach dieses mit isch immer. Das ist das Geilste. Ich finde das einfach mega nice bei ihm. Und deshalb finde ich ihn auch richtig, ich finde ihn deswegen sehr sympathisch und so weiter. Seine Videos sind auch ganz gut. Und ja, Leute. So, was kann ich jetzt noch sagen? Und zwar, ähm, ganz einfach, dieses Video hier habe ich, ähm, für dieses Bewerbungsvideo gemacht. Und, ähm, ja, jetzt kommen wir mal dazu, warum ich das Ganze hier gewinnen will. Also, beziehungsweise, ich will drangenommen werden, da ich einfach, Leute, ihr wollt einfach auch etwas Reichweite bekommen. Und das ist echt nicht, echt nicht leicht auf YouTube, etwas größer zu werden. Also, schon schwer, weil man überhaupt 500 Abonnenten hat, 700 Abonnenten oder weiß, weiß ich. Und der Junge hat einfach mal 1K, also, steuert jetzt langsam auf die 1,5, also, 2,5K zu. Und, Leute, das ist einfach, stellt euch mal vor, diese Abonnenten werden vor euch, Alter. Das ist einfach krass, Alter. Man kann sich das gar nicht vorstellen, egal wie viele Abonnenten man hat, auch wenn es nur 500 sind. Das ist auf jeden Fall was. Und er kann euch damit auf jeden Fall helfen. Also, seid echt dankbar dafür, dass er sowas bringt. Und, ich meine, welche YouTuber machen das jetzt groß noch? Das machen gerade nicht so viele, aber er macht es einfach. Und ich finde es einfach, keine Ahnung, man findet einfach keine Worte zu diesem ganzen Beefshit, Alter. Und vor kurzem auch ganze Beefshit mit Mert und Leon. Keine Ahnung warum und so weiter und so fort. Egal, Leute, das ist auf jeden Fall mein, ähm, mein Vorstellungsvideo zu dem Bewerbungs, ähm, Video von Jugglings Freestyle. Und, ja, Leute, wenn es euch doch gefallen hat, lasst mir eine positive Bewertung da. Ich bin raus, danke nochmal, haut da rein, bis die Tage. Und, ja, Leute, da rein, bis die Tage.